Hallo miteinander. Hier sehen wir noch mal unser erstes Blink-Programm. Die Umschaltzeit legen wir mit der Delay-Funktion fest. Die hat aber einen entscheidenden Nachteil. Während dieser Zeit ist das Programm angehalten und das wird so lange kein Programmcode mehr ausgeführt. Wollen wir zum Beispiel einen Intervallblinker bauen, der alle 5 Sekunden die Blinkfrequenz ändern soll, kommen wir damit nicht mehr weiter. Würden wir die 5 Sekunden mit der Delay-Funktion messen, könnte die LED nicht mehr blinken, da das Programm ja steht. Wir brauchen eine Zeitmessung bei laufendem Programm und da hilft uns die Funktion Millis. Sie macht nichts weiter als die Millisekunden zu zählen, die seit dem Programmstart vergangen sind. Dabei kann sie bis 2 hoch 32 zählen und das dauert knapp 50 Tage. Dann beginnt sie wieder bei 0. Wenn wir die Werte von zwei verschiedenen Zeitpunkten vergleichen, wissen wir welche Zeit dazwischen vergangen ist. Wie könnte unser Programm aussehen? Das Intervall soll wie gesagt 5 Sekunden lang sein und die LED soll einmal alle 800 Millisekunden und alternativ alle 100 Millisekunden blinken. Definieren wir erstmal ein paar Werte. Wenn die im gesamten Programm sichtbar sein sollen, müssen die ganz am Anfang als globale Variablen definiert werden. Unsere Intervallzeit 5000 Millisekunden ändert sich nicht und ist deshalb eine Konstante. Die Bolsche Variable LED sagt uns, ob die LED leuchten soll oder nicht. Die Voreinstellung ist false. Die Funktion Millis gibt die Zeiten im Format unsigned long zurück. Das ist eine 32-Bit-Zahl ohne Vorzeichen und deshalb definieren wir alle unsere Zeitwerte in dem Format. Das ist die jeweilige Istzeit, die Blinkzeit, die wir erstmal auf 800 Millisekunden voreinstellen und die Blink- und Intervall-Startzeit, der wir mit der Millis-Funktion gleich mal einen Anfangswert geben. Am Anfang der Schleife stellen wir gleich nochmal die Istzeit fest. Jetzt fragen wir ab, ob das 5 Sekunden Intervall bereits erreicht ist. Ist Istzeit minus Intervall-Startzeit größer oder gleich dem Intervall? Wenn ja, müssen wir die Blinkfrequenz ändern. Wenn sie gerade 800 Millisekunden ist, soll sie auf 100 Millisekunden gehen. Wenn nicht, dann ist sie ja gerade auf 100 Millisekunden und soll jetzt auf 800 Millisekunden geändert werden. Und wir müssen unser Intervall neu starten, indem wir die Startzeit auf die aktuelle Istzeit setzen. Die gleiche Abfrage machen wir mit unserer Blinkzeit. Wir berechnen, ob die 800 oder 100 Millisekunden bereits vergangen sind. Wenn ja, wird die LED umgeschaltet. Bei true wird die LED eingeschaltet, bei false ausgeschaltet. Und die Abfrage beginnt wieder von vorn. Hoffentlich funktioniert es auch. Sehr schön. Also, wenn es nichts ausmacht, dass das Programm unterbrochen wird, kann man mit der Delay-Funktion arbeiten. Ansonsten ist die Funktion Millis das Mittel der Wahl. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis morgen.